Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Todestrakt unseres kleinen, schicken Gefängnisses hier bei Prison Architect. Äh, hier ist jemand, der noch keine Zelle hat. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Problem? Wer bist du denn? Ach, stell dich doch nicht so an. Hier ist doch genug Todestrakt. Wir machen das ja auch jetzt schön. Also, wir haben die fiesen Jungs hier ausziehen lassen und sorgen jetzt dafür, dass wir, ähm, also dass das hier, das wird. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Wie immer, wir müssen das tun. Kein anderer macht das. Und, äh, ja, die fühlen sich gerade nicht so wohl hier alle. Aber das kriegen wir hin. Die Todeskandidaten haben gerade keine Zellen. Das ist aber nicht so tragisch, weil hier werden jetzt einfach neue Türen eingebaut. Und, äh, dann kümmern wir uns darum, dass hier eine Küche wieder reinkommt. Und dann wird das alles ganz super. Dafür brauchen wir aber unser Personal. Die sind, äh, noch beschäftigt. Und, äh, dann können wir in der Zwischenzeit mal eben hier oben gucken. Unser kleines Ort, was wir hier haben. Wir haben jetzt hier einen Unterrichtsraum. Es ist noch nicht geplant, ne? Das muss man dazu sagen. Wir haben eine Wäscherei. Da können die schon mal arbeiten. Die haben jetzt auch Arbeitszeit. Dann haben sie wenigstens schon mal was zu tun. In der Küche wird schlechtes Essen hergestellt. Ich bin am Überlegen, ob wir hier unten noch ein bisschen was dranbauen. Und vielleicht die Küche doch noch ein bisschen größer machen. Wäre so schlecht auch nicht. Aber das, ähm, will ich erst machen, wenn da unten... Was ist das denn hier? Werft das weg? Ich brauche die Zellen. Also wir haben hier drei Einzelhaftzellen. Wir haben zehn normale Zellen für die Schutzbefohlenen. Die haben einen Hof. Da wachsen die Bäume. Und ach, das wird ganz, ganz schnuckelig hier. Arbeiten können sie. Gebildet werden sie auch irgendwann. Können wir eigentlich, wenn wir hier unten warten, bis das hier alles mal ein bisschen aufgeräumt und verändert wurde, Zellentüren eingebaut sind, können wir ja eigentlich mal eben gucken, dass wir das hinkriegen, ne? So, wo haben wir sie denn? Also Küche, Schutzhaft. Da können wir Hygiene und Sicherheit in der Küche machen. Das können wir ausbilden. Unterrichtsraum allgemein. Welcher ist denn das? Was ist denn der Unterrichtsraum allgemein? Wieso haben wir einen allgemeinen Unterrichtsraum? Ist das noch nicht sauber erkannt worden hier? Ah. So, seht ihr? Das ist das Problem, dass, wenn du das setzt und irgendeine Kleinigkeit veränderst, dreht sofort das Spiel durch und sagt, nee, das kann ich, weiß ich aber auch nicht. Und, mm, mm. So, Unterrichtsraum schutzhaft. Programm Grundlagengildung. Komm, nochmal, mach es hier weg. Und dann machen wir hier die Sicherheit in der Hygiene und so haben wir das. Müssten wir nicht auch irgendwo eine Kirche haben? Kapelle Schutzhaft. Geistige Führung. Da ist ja nur einer in der Küche, der dann keine geistige Führung kriegt. Das kriegen wir ja hin. So, dann haben wir das auch. Grundausbildung, alles klar. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn dann noch einer eine bessere Ausbildung haben will. Insgesamt müssen wir das mal wieder schön einrichten, hier mit den, äh, ah, ihr wisst ja, wie das ist. So, äh, ja. Dann gucken wir mal weiter das jetzt wieder aus, damit wir was sehen. Wo ist denn hier das Problem? Ihr habt keine Kantine. Dann müssen wir euch jetzt eine, ach, schon wieder Autospeicherung, eine, ähm, Küche zuordnen. Küche ist hier, das machen wir hier hin. Zack, die reicht ja auch. Und, ähm, dann reißen wir hier die Wände wieder ab. So. Dann bauen wir eine Personaltür hier ein. Dann machen wir den Boden schön. Was haben wir? Weiße Fliesen. So. Ja, Kellen werden hier ohne Ende gefunden. Das ist so widerlich mit diesen Kellen. Also, das ist auch völlig übertrieben. Die müssen ja Kellen hier liegen haben. Du, das ist vom Feinsten. Irgendwie wirkt es aber auch, das kann natürlich auch am Rändern liegen, weil im Hintergrund, ihr wisst ja, rändere ich auch immer. Ähm, es ist total verwirrend, warum das alles so träge gerade hier ist. Passiert da noch irgendwas? Wir wissen es nicht genau. Was haben wir denn hier an Böden? Mosaikfliesen, ne? Ja. Ach, wir haben das so gemacht. Okay, eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir hier raus Zellen. Dann können wir einfach mehr, äh, ne, von den fiesen Jungs sozusagen hier unterbringen. So, alles klar. Ich habe die Kelle wahrgenommen. Ist irgendwas. Wir können ja gerne nochmal eine Tunnel suchen machen. Ja, wir haben was verpasst. Ihr merkt es, ne? So. Weil wir kriegen gleich eine relativ große Einlieferung. Ich mache mal wieder voll, weil wir hatten vorhin noch einen ganz miesen Cashflow. So. Ja, wir kümmern uns drum. Alles gar kein Problem. So. Abfluss. Eins, zwei, drei, vier. Dusche. Duschkopf. Eins, zwei. Ja, mach mal jetzt langsamer. Langsamer. Hallo. Nimm mal Befehle an. Ich habe gerade Stress. So. Eins, zwei, drei, vier. Weil wir müssen ja hier hin. Da ist die Einlieferung. Und wir sehen wie immer nix. Da haben wir welche Anführer. Was? Ach, das soll Stui stark heißen. Ich habe schon gedacht, was ist das denn jetzt? Geübter Kämpfer. Also da kommen ein paar ganz interessante Boys auf uns zu. Ja, ich habe auch gesagt, du sollst da rüber gehen. Da kann ich mich genau dran erinnern. So, Abdeckung 100%. Da ist also wieder mal keiner bei, der uns Sorgen macht. Zwei, vier Schutzbefohlene. Keiner sonst, der Probleme hat. Was ist mit dem? Du wirst entlassen, hoffe ich. Oder gehst da einfach. Sieht gut aus, ne? Alle da jetzt? Lasst euch aber auch immer eine Zeit. Mann, 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 Mann. War hier nicht vorhin einer, den ich noch, äh... Äh... Bei Einzelhaft war da nicht gerade einer, den ich mir hätte rekrutieren können? Na, man weiß es nicht. So, okay. Wieso habe ich denn da Dusche hingemacht? Hallo, Fussel. Ich weiß, es ist immer noch spät, aber... Du hast doch... Du wolltest doch eine Küche haben, keine Dusche. Also... Spiel. Na, da versuchst du den Fussel aber wieder zu verarschen, oder? So. Dann machen wir den Herd hier hin und die Kühlschränke... Da hin. Dann wird das bestimmt ganz toll hier. So. Ich weiß nicht, ob wir eine Kantine brauchen. Ich baue hier einfach mal wieder eine hin. Sicher ist sicher. Man weiß ja auch nicht. Serviertisch hier hin und Bank... Klein, klein, Tisch klein. Das funktioniert... Öh, Tisch klein. Das funktioniert ja irrwitzigerweise auch. Keine Ahnung warum, aber... So, dann haben wir hier die Kantine. Dann bräuchte ich bitte mal den Gemeinschaftsraum. Den kann natürlich kein Mensch gebrauchen. Hier fehlen noch Anschlüsse. Ist ja klar. So. Hier, hier, hier und hier. Ist alles natürlich ziemlich zusammengefrickelt. Das seht ihr, ne? So, dann müssen wir... Äh, müssen wir, müssen wir, müssen wir... Türen. Das ist echt verwirrend. Die Türen werden darüber abgerissen, aber, ähm, darüber nicht aufgebaut. Und... Ich weiß auch nicht. Was ist denn... Können wir hier einen Gemeinschaftsraum noch gebrauchen? Wo ist denn der wieder? Liegeraum, Müllraum... Gemeinschaftsraum. Ja, müssen wir mal gucken, wie das mit den Todgeweihten und so... Das kriegen wir schon hin. So. Fernsehen. Fernsehen. Spielautomaten haben wir auch noch einen über. Und ein Getränkeautomaten haben wir auch noch einen über. Und ein Radio haben wir auch noch einmal über. So. Sehr gut. Während ihr hier baut, können wir mal eben hier oben gucken. Nö? Könnt ihr noch was im Gemeinschaftsraum gebrauchen? Natürlich ein Spielautomat. Und ein... Getränkeautomat. So, dann habt ihr es auch schön. Jetzt sollten wir erst mal genug Platz haben. Und ein bisschen Geld machen wir ja auch. Plus. Ist ja gar nicht so schlecht. So. Ihr habt gerade Schlafenszeit. Das interessiert euch natürlich nicht. Das ist mir klar. Öh. Die Zellen sind auch noch nicht so richtig gut ausgestattet. Das sollten wir aber auch noch hinkriegen. Ist ja mein Mini-Fernseher wieder hier. Wir haben das denn immer gemacht. So, so, so und so. Bücherbord. Ah, hier habe ich die Klos anders gesetzt. Ah, ja. Guck. Alle noch ein Radio. Wo ist denn das Radio? Radl-Didl-Didl-Dudl da. Da. Dann kriegen sie noch ein Radio. Und da muss aber auch gut sein hier. Und dann müssen wir sagen, okay, das ist alles Todestrakt. Und was sagt er? Todestrakt Zellen haben wir jetzt neun. Schutztrakt zehn. Perfekt. Wir haben nur drei drin. Fünf zum Tode verurteilt. Wir können also ein paar böse Jungs aufnehmen. Hier wird gekocht. Auch nicht schlecht. Und dann müssen hier so ein paar Sachen noch weg transportiert werden. Ist denn das Lager schon wieder voll? Na, so richtig nicht. Aber warum sind denn hier so viele Stapel Grünzeug drin? Das verstehe ich nicht so ganz. Naja, ihr werdet das schon wissen. Äh, abreißen. Abreißen. Kann man das hier nicht? Das kann man doch besser machen, oder? So, hier. Weg damit. Sehr gut. Ich weiß nicht, kriegen die, äh, äh, Schutz... Ne, die, die Todestrakt-Kandidaten. So, jetzt hättet ihr auch den. Hier bleibt weiterhin geschlossen. Ich weiß nicht, ob die raus dürfen. Das ist natürlich immer eine große Frage. Weil wenn die keinen Gemeinschaftsraum brauchen, dann könnten wir hier natürlich die Bewährungsanhörung hinmachen, ne? Geht das? Eins, zwei, drei, vier... Nein, geht natürlich nicht. Ah. Weil es fünf mal fünf, ne? Wir haben nur eine Viererhöhe. Das ist doch gemein. Dann müssten wir noch eine Zelle wieder auflösen. Das passt heute nicht so gut, finde ich. Nein, wir könnten natürlich alle Zellen noch eins nach unten verlegen. Das könnten wir machen. Und das alles nur übergangsweise, ne? So, das sind nämlich auch eins, zwei, drei, vier. Es sind immer vier. Vier, 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 vier. Ich weiß nicht, warum ich so auf vier auswahl. Keine Ahnung. Strom sieht gut aus. Okay. Das sieht alles gut aus. Versorgung ist da. Es läuft. Wir haben einen positiven Cashflow. Äh, ich glaube, ich mache für morgen mal zu, ne? Also ein paar Leute, die brauchen wir ja nicht. Macht uns ja nicht glücklich. So. Ja, also ihr seht, das Gefängnis läuft langsam vor allem aus. Aber es geht. Ja, wobei... Kommt mir das heute nur so vor? Oder haben wir hier ständig Autospeicherung? Und warum räumt hier keiner auf? Warum sieht das hier noch so müllig aus? Hä? Weiß hat jemand? Wir machen jetzt mal keine Veränderungen und mal gucken, ob das hier aufgeräumt wird. Und auch vor allem, wenn die den Gemeinschaftsraum nicht anbauen, also nutzen, dann verschiebe ich die ganzen Zellen nochmal, äh, aufwendigerweise. Und dann machen wir hier unten eine Bewährungsanhörung nur für den Todestrakt. Dann haben wir hier unten wirklich nur Todestrakt. Das ist ja auch mal nicht so schlecht. Gucken wir mal. Ansonsten hier löp. Die haben gerade nichts zu tun. Fangt aber gleich an zu arbeiten. Was gibt es denn hier? Leckeres Speck, Kartoffeln, Kohl. Gott, was müssen die furzen? Und ihr seht, jetzt wird angefangen zu kochen. Auf zwei Platten immer das Gleiche. Macht ihr denn auch noch was anderes, oder? Da ist was daneben gefallen. Das interessiert aber auch nicht. So, guck, das Essen wird rausgebracht. Warum gibt es denn heute nur ein Topf, oder was ist das? Und ihr habt doch auf acht Platten gekocht. Hier sind Plätze für acht. Ein Topf ist untergegangen, oder was? Oder ist unsere Ernährung so mies eingestellt? Äh, Regeln? Ne, Mittel, Mittel. Alles gut. Die greifen natürlich sofort zu. Gierig, wie sie sind. Jawohl. Hauptsache, es kriegt jeder was zu essen. Das ist das Entscheidende. Keine Häftlinge, alles klar. Ja, läuft, ne? Würde ich sagen. Macht einen guten Eindruck. Und ihr hier oben. Macht auch euer Ding. Ihr verlasst hoffentlich den Bereich nicht. Eigentlich könnte das auch nicht, weil ich habe nämlich gesagt, dass das hier nur für Personal ist. Sehr gut. Und hier unten wollte ich auch noch was anbauen, dass wir die Küche vielleicht doch noch einen Tick größer machen, wobei es eigentlich nicht notwendig ist. Nö, es gibt zwei Topfgerüchte, brauchen wir nicht. Vielleicht noch für eine Bewährungsanhörung, aber so viel haben die nicht, da müssen die woanders hin. Das kriegen wir schon hin. Was habt ihr denn jetzt? Hof, Freizeit? Hof, Hofkante. Okay, wir sind nur noch zu dritt. Da hatten wir mal ganz kurz zu viel Bedarf und jetzt ist schon wieder gar kein Bedarf da. Aber sicher, sicher, wir haben es erstmal und dann soll das auch gut funktionieren. Wir können bald wieder hinrichten. Da können wir mal gleich zwei Hinrichtungen auf einmal machen. Wir haben ja mittlerweile ein paar Menschen, die wir töten dürfen. Gewinn machen wir auch. Alles super an der Stelle und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das hier ändere ich noch um, das mache ich aber, oder sollen wir es zusammen machen? Bei der nächsten Aufnahme können wir natürlich, kein Problem. Gut, machen wir es zusammen. Warum denn nicht? Also, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.